ja es ist halt okay ich mein sagen wir zu mal was was würde mehr arbeit machen jetzt immer sagen es ist schwierig ein game auszubringen und nach ein paar monaten sofort ein element zu schieben was phänomenal ist jederzeit das jetzt nicht ich meine jetzt wirklich nie ich meine jetzt diese arbeit gehen ich bin kein entwickler ich weiß nicht wie viel arbeit in so einem ding stecken wo wir jetzt durchlaufen werden dass sich das immer random zusammen generiert wesentlich aus 15 oder 20 verschiedenen teilen besteht immer wie viel arbeit das gemacht hat und ob man das nicht gemacht hätte ich mir eine zweite messe gab hätte weil ich glaube das ding hat mehr arbeit gefressen als es hätte sein als gut gewesen wäre weil wenn das nicht da wäre das ganze ding dann hätten wir einen zweiten nessos hier von der größte her wenn dieses random ding hier nicht wäre ich glaube dann hätten sie auch ein zweites nesos machen können von der größte her ich habe das gefühl das hat richtig viel zeit gefressen von einem entwickler standpunkt her ich kann dein herannahmen spüren willkommen zurück im forsch oh mein gott du ficker alter fettes schwein läufst du die echt in den weg ne richtig dreist nichts getan und trotzdem kassiert hey wirklich wahr da komme ich gerade noch auf die plattform wer kommt vorbei jenny jiggle und drückt mal fast wieder runter ausliegen ein samen ein simulations samen leck dich nicht mit rocky balboa an wollte er mich kaputt boxen wieso wurde die tür nicht benutzt ich habe keine ahnung ich dachte du hast es aber er war ja auch durch bei mir was machen wir eigentlich mal wegen dem scheißverhältnis was war denn das hast du das gesehen nur so aus halbem winkel ich habe sie komplett vom nani gesehen der forst gehört jetzt mir da ist die vorwut aber anderer meinung die habe ich nicht gefragt da hat aber jemand die arbeitszieher ausgepackt keine knurre keine knurre ich muss wirklich mal nächste wochen schwarz hat nächste woche überhaupt der muss echt jetzt mal das game hier wieder weiter zocken der hat sich sogar das dlc gekauft damit wir einfach mal in diesen drecks raid rein können ich will da jetzt mal rein steam war schon fast drin also drinnen war er auf jeden fall das kann ich mir zeigen ich das? ja krass wie wars? eine neben geil aber war die beide da drinnen? ne nur einer das ist wirklich schon möglich ey jetzt sag doch mal ich würd's doch nur wissen alter ja nico manches bleibt lieber unausgesprochen ah warte kann ich mir jetzt youtube videos dazu angucken wow ok ich weiß nicht ob du da für ne altersbeschenkungen brauchst ich bin nicht hart geil jetzt erzähl doch einfach mal macht uns so ne kinderkacke jetzt hier willst du doch nur wissen ob es cool war ja das war geil erregend also warte nicht so noch das war geil da war ja nur einer drinnen wir können beide nicht gleichzeitig rein also geht schon aber dann hab ich Kopfschmerzen weil Blutstau und so und weg und alles oh mein Gott der wird so behindert wir sind so behindert so behindert ah krass warum zock ich überhaupt mit euch weil das geilste ist mit uns zu zocken gibt nichts witzigeres hast du mal langsam glaub ich verstanden oder? oh ich hab keine munition mehr in meinem revolver wie cool ist das denn? wir können doch schon durch wa? ja nein ich fall runter ne 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 noch nicht das ist furchtbar ja da denkst du ja da ist noch ein weg und dann ist da nichts mehr aber jetzt kann ich wieder doppelt im Täufer laufen ja ist aber wirklich so es ist nicht für Leute mit Flug Komplikationen geeignet ja ich habe den Forst genutzt um eine Simulation deiner Sparrows zu erstellen ja den wirst du für den jetzt nicht boah mein Gleiter ist explodiert echt? ladung abbekommen das wird den rennen oder was ist schon der unterschied weg simulationen sind genauso tödlich diese kopien haben dasselbe ziel wie ihre gegenstücke eine zukunft zu finden in der die legion die rote schlacht gewinnt so Da 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 Hey guck mal, Steve ist auch wieder da Wo ist also dieser Valus? Warte Ah ja, genau Ich habe es vergessen Jo, Keule, entspann dich mal Die Becks haben ihr Sicherheitsnetz aktiviert Sie sehen dich und die Kabale als Eindringling Entspann dich, beim ersten Mal hat es doch gut geklappt Ja, 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 ja Da glauben wir ruhig Sie haben noch mehr Laser aktiviert Also die künstlerischen Fähigkeiten wir uns nun schon bewundert Alter, ich habe keine Munition meiner Echt nicht? Ich habe wirklich nur noch 37 Schuss in mein Maschinengewehr und einen Raketenschuss. Woa woa woa, what the fuck? Oh hier hier hier, der zeigt mir, 500. Nein nein nein, hier ist er sonst ernst. Na ja, mal sterben. Ah, gut, dass ich den Warlock habe. Keule, was geht mit dem falsch? Ey, woge ich, ich kann mir alles. Was war das jetzt? Aber er steckt schon wieder in einer anderen Simulation. Das war was, was? Wieso wüsste? Keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall in Luft-Ophäre und von den Architekten wurde ich umgebracht. Geil. Einmal einfach umgeknickt. Ah, blaue Kacke wieder, Alter. Oh mein Gott. Aber richtig viel blaue Kacke. Aber ich habe einen Gramm bekommen, wesentlich. Ah ja, alle zur Trenner ziehen. Doch, alle nicht. Alle Scheiße! So. So, dann zum Turm, wa? Mhm. Wichtige Ausrüstung. Mal sehen, wer was legendäre Tiere bekommt. Wie ja, alle sch ruggeden kinderen. Punkt. Wie, dass wir ganz Vorspringen, das in municipale sind,